Kulturwoche 52 Hosea Ratschela weckt sie am Mittwoch, 27.12. aus der Weihnachtsruhe, um auf intelligente und witzige Art sein Leben und die Gesellschaft zu analysieren. Hosea! Einen Tag später spielen Georg Clementi und Ossi Padella groß auf. Die Clementi besticht mit eigenwilligen Chansons und poetischen Texten. Am Donnerstag, 28.12. im kleinen Theater Salzburg. Das Schöne am Ende, sagen nicht nur wir, sondern auch Jo Strauß und Band. Und die Presse ergänzt passend, Wer lachen will, sollte sich das unbedingt ansehen. Wer weinen will auch. Musik vom Feinsten. Am Freitag, 29.12. 29.12. 29.12. 29.12. 29.12. Das Jahr 2023 wird im kleinen Theater Salzburg mit zwei Theaterproduktionen beendet. Kunst von Jasmina Reeser. Am Samstag, 30.12. Und Mitterbach Kirchen, die allseits beliebte Komödie von... Peter Bleichner! Am Sonntag, 31.12. Um 17.30 Uhr und 21 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch. Und freuen uns, wenn wir Sie auch 2024 wieder im... Kleinen Theater Salzburg begrüßen dürfen. Feiern Sie schön. ... ... ... ...